Für jede Katastrophe gibt es einen Auslöser. Und manchmal ist er klein und pelzig. Wir müssen zurück! Nie stand für alle mehr auf dem Spiel. Ich bin ein Schatten meiner Selb. Belastet es euch gar nicht, dass die Welt vielleicht bald runtergeht? Nie waren drei Freunde besser in Form. Womit soll das Schicksal noch zuschli... Nie war Ice Age so cool unterwegs. Die Free-TV-Premiere. Ice Age 4. Voll verschoben. Pfingstmontag, 20.15 Uhr. ProSieben.